Hallo und willkommen zur neunundzwanzigsten Folge von Raft zusammen mit Apfel. Das sind letzte Folge hier in der Kuppelstadt angekommen und ja jetzt werden wir die erkunden müssen. Ich habe wirklich noch mal ein paar Sachen ab, weil ich glaube, dass wir da echt viel zum Glück bekommen. Ich habe alles abgelegt, was ich nicht brauche, so ziemlich. Die Schere kann ich mal weglegen. Was, du hast ne Schere dabei. Natürlich, die Machete kann ich weglegen. Die Pfeile behalte ich mir sogar. Den Bauhammer kann ich ablegen. Das ist doch ein Scherz! Weiß ich, ich snicht so ganz langsam auf diese Möwe zu. Ähm. Äh. 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 Bäh. Äh. 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 Nicht gut. Ohohoho. Na, wie hast du das jetzt geschafft? Ich weiß es nicht. Äh. 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 Warte. Das Paddel ist da irgendwo. Paddel mal ein Stückchen zurück, Alter, ich bin einfach... Hä, ich bin einfach... Nicht da drinnen hängen! Alter, ich dreh mich um und seh nicht da drinnen hängen! Ich komm dann nicht bei dir vorbei! Der Padel einfach noch hin. Wenn ich dieses Tor ist... Nee, ich hing in dem Tor? Ich hab mich da reingepackt! Reconnect! Da gibt's kurz... Da gibt's kurz paar technische Probleme vom Game. Oh oh! Oh! Nein! Ach Scheiße! Nein! 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 Ich skonze jetzt ein Zeil! Junge! Ja, die Aufnahme läuft! Junge! Wir werden... Leute! Ach du Scheiße! Wir packen beide in der Wand! Wir haben's geschafft! Ja! Warte, warte, warte! Der schießt doch die Möbel! Dann schießt der... Lass dich... Dann kannst du nicht rausschießen! Ich kann doch auch die Pfeile nicht mehr aufheben! Ach, das ist... Ich kann ihn aufheben! Ja! Der schießt... Oh Leute! Das steckt in meinem... Das steckt in meinem Gesicht! Okay, warte... Hier kann ich irgendwas entfernen... Ja, aber das wird uns auch nichts bringen! Ach, ich weiß, was ich entfernen! Wow! Du hast den Nest kaputt geschossen! Ja, ne, ich hab's entfernt! Ach so! Ja, das ist jetzt richtig belastend! Da kommt der Ei! Nein! Ach, Scheiße! Ich will mir meine Lustigkeit geben! Ach, Leute! Was? Es gibt Teleporter-Safe-Location! Was? Wie? Escape! Und das ist oben Teleporter-Safe-Location! Oh mein Gott! Ja, Leute! Der Raft ist doch noch nicht vorbei! Hier ist der ein Scheiß-Pfeil wieder! Nimm den Dreck! Danke! Na, der steckt jetzt da oben, oder? Ja! Spring doch mal rein! Und schau, ob's wieder aufheben! Gut, dann gehen wir jetzt in die Stadt! Ja, warte! Jetzt muss ich mich erst mal wieder... Jetzt muss ich mich erst mal wieder vollfressen, volltrinken! Boah, halte! Ich hab' extra gewartet mit dem Türöffnen auf dich! Keine Angst! Ich dachte mir irgendwie so... Mach die verdammte Tür wieder zu! Danke! Mach's doch zu! Mein Gott, was hast du denn? Jawohl, wir haben's! Oh Gott, der Haie! Der Haie, aber... Oh, da liegt was? Wieso kann man eigentlich nicht sneaken? Kann ich sneaken? Oh Gott! Elevator, Surface Access, Plantation, Storage Area, Generator, Cafeteria... Ich hab' die Reaktion... Ich hab' die Reaktion... Alla, ich hab'... Alla... Wieso sprintest du eigentlich? Noch nicht... Oh Gott! Was ist das dunkel? Ne, ich bin... was runtergefallen... Es ist so dunkel... Dieses Trepp... Dieses Trepp... Dieses Leitern runtergehen ist der größte Müll! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das hat Slushy seine Ratten in die Augen noch verbreitet! Oh Gott, hier ist wirklich eine! Ich hätte gedacht, dass sich das Spiel zum Horrorspiel entwickelt... Junge, mein Speer ist einfach fast gepunt! Oh, verdammt mein' auch! Alter! Oh, ne! Achso, Loli kommt immer nur... Ah! Nice! Yo, was? Hier ist safe irgendwo einer! Was gibt's? Oh Gott! Oh Gott, hier ist wirklich einer! Oh Gott, das ist riesig! Das ist ein Boss! Das ist ein halber Boss! Oh, ne, ist nicht tot! Junge, wie fett der Schwanz ist! Gibt's da sonst noch was? Ne! Das sieht man ja jetzt nicht, wenn irgendwo was liegt! Oh, warte mal! Da kommt noch ne kleine! Also erstensprobleme werden wir nicht haben! Schön, dass die von Schweinen krank wäre! Und wir essen sowas! Hier gibt dir nicht noch was! Und auch nur ne Ratte! Oh nice! Ah, nicht funktioniert! Oh, ein Teil ist kein Retter! Oh, ein Teil ist kein Röttter! Hier hinten noch... Nicht ziffer! Junge! Mein Spiel ist kaputt! Ich hab keine Waffe mehr! Jaaaa, wir müssen wieder raus! Ne! Wirklich geiler! Geiler! Die Pfine fehlen bei uns zu haben! Ich bin hier so weggekommen, wo bist du? Ich bin weitergegangen. Wo? Nach dem anderen Ausgang. Ach, da sind wir. Stopp, mein Speer ist jetzt auch kaputt. Nice. Ja, gehen wir zurück. Alter. Von da, wo wir hergekommen sind. Jetzt hab ich die Batterien den ganzen Müll, weil ich das Ding abgerissen habe. Nice. Ja gut, das müssen wir später nochmal neu bauen. Obwohl, hoffentlich nicht. Lach vorbei, lauch vorbei. Loading Day. Oh, da kommt die Treppe. Oh, da ist der erste Seite von der Leitung. Gott. Gott. Da ist der Ausgang. Ja. Schön. So, dann habe ich mal fett Fleisch auf dem Weg. Was heißt der denn? Ja, schau nach oben. Ja, schau nach oben. Ey. Allein dieses Tor zu überwinden ist härter als alles andere, was wir bis jetzt in diesem Spiel machen mussten. So, ist da irgendwas in meinen Netzen nicht ordentlich Seile? Ja, Seile sind glaube ich unser größtes Problem. Wir könnten oben den Baum fällen. Stimmt. Ich finde es schön, dass ihr das Spiel als Safe Location einfach eins deiner Netze ausprobiert. Echt? Ich spammierte mich einfach auf zwei. Ja, ich spawne auf einem dann nicht. Ach nice. Ne. Na ja, das hat jetzt nicht viele Küchblätter gebraucht. Wie viele? Zwei. Braucht noch. Alter. Noch drei. Das ist nicht gut. Ne, ist es nicht. Wo backe ich denn jetzt? Okay. Bist du da unten? Das ist mit mir. Herzlichen Glückwunsch, ich kann jetzt auch nicht ins Wasser. Doch, mach jetzt einfach dann. Da kann ich mal. Da kommt er halt ins. Ey. Raft macht es uns so schwer, dieses Spiel zu mögen. Es ist so krank. Das Ding ist, ich kann halt dann auch bloß... Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt echt ein Problem. Wir sind in der Nähe kein Ding mehr, wo ich hinschwimmen könnte, außer da ganz hinten. Ah, scheiße. Halt, wir haben keine Waffe jetzt. Müssen wir erstmal nach oben gehen, in der Hoffnung da Loot zu finden? Wir hätten die Machete. Die Machete! Mein Gott, stimmt. Ich hab sie. Hast du die... Zwei waren das eigentlich, oder? Ne. Oder hat das nur eine? War bloß eine. Okay. Metall... Für Metallspeer wird das aber reichen, ne? WTF? Mach hier Metallspeer. Metallspeer braucht einfach weniger Silas. Okay, oder? Guck, dann wieder rein. Lass das Fleisch noch mitnehmen. Okay, ja. Bestimmt essen. Ich hab jetzt zwei genommen. Sag, wenn du noch eins brauchst. So, ich hoffe unsere Rückkehr was dort. Okay, und jetzt zum Generator. Ich glaub sogar erst Storage, weil ich glaube, vielleicht liegt in Storage ja ein weiteres Generator-Teil. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Generator einfach das letzte ist, wo wir hin müssen. Nee! Storage... Da ist ne Ratte übrigens. Oh Gott! Ist einfach vorbei. Wir müssen die nicht töten. Ja doch, die habt mich kein einziges Mal geschlagen. Ja. Tür von der anderen Seite verschlossen. Äh, jetzt müssen wir über die Cafeteria gehen. Ja. Wo war eigentlich die Wendeltreppe jetzt mal? Ich bin ja behindert. Wo kommt die jetzt hier? Die Cafeteria. Ach. Ich komm ums Projekt nicht mehr. Da ist der Boss wieder. Ja, das ist eine fette Ratte. Nee, bitte. Da macht die. Oh. Jetzt macht er was. Ach, hab ich jetzt dich abgeschossen? Das ist nicht. Mach's mal ne Pfeile. Mach's mal ne Pfeile. So stimmt's. Da kommt jetzt gleich der Boss. Ich glaub das wir da ähnliche Probleme bekommen werden. Ah. Storage Area. Ist doch ne. Pass auf Rampen auf. Generator. Oh, hier ist Holz. Hier ist ja viel Holz. Hier sind Generatorteile. Ah ja, hier ist der Generator. Ein Teil fehlt noch. Da brauchen wir drei. Vier brauchen wir. Dann fehlen noch zwei. Oh mein Gott. Krottli. Kann bisher sein das wir irgendwas aus den... Ach nö. �achsen. Du steuerst dich hier rein. Das ist spannend, das ist zu steuern und was dein belief. Wir können das jetzt nur nicht steuern weil der Generator noch nicht da drin ist. Ach, ich glaube, ja, okay, ich habe auch verstanden, wie es funktioniert. Ja, ich glaube schon. Ja, die Streifen, wo oben drauf sind, sind die Wege, also die Ein- und Ausgänge von denen. Also, du musst da wirklich einen Weg durchbauen. Okay, das finde ich aber irgendwie lustig. Aber wo ist dann das andere in deinem Rat gefällt? Haben wir dann einen zu übersehen, oder? Ich meine, hier geht er noch weiter. Tür von der anderen Seite verschlossen. Ne, wenn du da schon wieder im Licht die Ratte. Nice, das heißt, wir müssen da irgendwie rüberkommen. Ich schieße die Ratte ab. Erst nur die Pfeile rausziehen. Aber, die Folge geht jetzt 22 Minuten. Lassen! Du kannst teilholen. Jo, wo kann der iPhone so laufen? Nice. Lass doch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, beim nächsten Mal wieder vorbei. Und tschüss! 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 геbe Tan Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020